Und damit jetzt ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal Max Ernst an und wollen dabei auf seine Biografie eingehen, wollen ihn auch einordnen, wieso er bestimmte Werke geschaffen hat, beziehungsweise in welchem Rahmen, in welcher Zeit das Ganze stattgefunden hat. Und dann gehen wir natürlich auch auf die Techniken von Max Ernst ein. Diese Verfahren sind natürlich besonders relevant für das Vorgehen in eurer nächsten Kunstklausur. Und damit ihr da optimal vorbereitet sein könnt, haben wir für euch ein Buch verfasst, was genau zu diesem Thema passt. Und zwar ist es jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Erster Link in der Videobeschreibung, alles über Max Ernst und viele weitere Künstler und Künstlerinnen, die ihr für euer Abitur braucht und natürlich auch für die nächste Kunstklausur. Dabei viel Spaß und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zur biografischen Einordnung, beziehungsweise zu den biografischen Lebenspunkten von Max Ernst. Wo hat er sich befunden in seinem Leben? Was hat da alles stattgefunden? Und zwar ist er 1891 in Brühl geboren. Das ist in der Nähe von Köln. Und gestorben ist er im Jahr 1976 in Paris, also ist in Frankreich dann verstorben. Ein deutscher Künstler, der dann später nach Frankreich ausgewandert ist. Man muss das natürlich ganz klar zeitlich einordnen. Die Flucht hat in die USA stattgefunden und zwar um 1941. Später ist er dann entsprechend zurückgekehrt nach Frankreich. Bereits 1939 hat er in Frankreich gelebt. Das heißt, er hat sich relativ früh von Deutschland absetzen können und ist dann entsprechend geflüchtet. Somit konnte er dann natürlich seine Kunst weiter ausüben. Das war so ein bisschen sein Glück in diesem Zusammenhang. Interessant ist, dass er 1948 als amerikanischer und 1958 sogar als französischer Bürger anerkannt wurde. Das heißt, man hat schon relativ schnell erkannt, welches Talent in ihm steckte. Man hat ihn besonders geehrt und das natürlich insbesondere daran zu sehen, dass er amerikanischer Staatsbürger wurde, beziehungsweise auch französischer Staatsbürger. Das heißt, zusammengefasst, er hat drei Staatsbürgerschaften und ist dementsprechend natürlich weltweit auch besonders angesehen. Nicht nur aufgrund seiner künstlerischen Erfolge, sondern auch aufgrund seines Schaffens rund um diese schwierige Zeit von 1939 bis 1945. Interessant ist, dass er nicht nur künstlerisch aktiv war, sondern auch literarisch mit verschiedenen Gedichten agiert hat. Das heißt, er hat abseits seiner künstlerischen Laufbahn, in der er besonders viele Werke geschaffen hat, die immer noch von großer Relevanz sind, hat er auch literarisch viel geschaffen, was von großer Bedeutung ist. Und das ist tatsächlich eher selten der Fall, dass Gedichte von Künstlern dann tatsächlich auch noch bekannt werden. Das heißt, man hat durchaus mal den Fall, dass sich verschiedene Künstler auch literarisch betätigt haben, aber dass diese Gedichte dann auch eine gewisse Relevanz haben, das ist tatsächlich eher selten der Fall. Interessant ist auch so ein bisschen sein Werdegang. Er ist nämlich 1910 an die Universität in Bonn gegangen. Dort hat er bis 1914 studiert und er hat vier verschiedene Fächer studiert bzw. angefangen. Und zwar startet er mit Altphilologie bzw. Philosophie und ging dann über zur Psychologie. Und erst die Kunstgeschichte war das, was ihn so richtig begeistern konnte und was ihm überhaupt erst die Möglichkeit schuf, sich so zu betätigen, wie er das dann später in seinem Leben tatsächlich machen konnte. Als Künstler, der insbesondere von der Kunstgeschichte inspiriert wurde und dann die ersten Erfolge um 1912 feiern konnte. Und das war dann später auch im Dada bzw. Surrealismus. Das heißt, er hat verschiedene Epochen natürlich miterlebt. Wir haben ja im 20. Jahrhundert tatsächlich sehr viele verschiedene Epochen, die teilweise sehr stark ineinander übergehen. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass Max Ernst, einer der bekanntesten und auch berühmtesten Künstler dieser Zeit, tatsächlich dann auch verschiedene Epochen an verschiedenen Epochen mitgewirkt hat und hier entsprechend im Dada bzw. im Surrealismus aktiv war. Kommen wir dann einmal zu den Techniken von Max Ernst. Die sind natürlich besonders relevant, da sie in seiner Zeit tatsächlich noch nicht so bekannt waren bzw. noch nicht so stattgefunden haben. Und zwar war Max Ernst da beeinflusst vom Surrealismus. Er hat sich da nämlich abgekehrt von der Herrschaft der Logik und wollte praktisch ohne jede Vernunftinstanz bzw. ohne jede Vernunftkontrolle agieren können. Das heißt, hier sehen wir einen enormen Einfluss, der entsprechend einfach seiner zeitlichen Herkunft natürlich logisch ist. Er hat versucht, sich sozusagen von dem abzukehren, was damals noch relativ beständig war, nämlich dass man logische Bildfolgen hatte bzw. dass man sehr vernünftig agiert hat, also dass man sehr statisch mit seinen Techniken umgegangen ist und Max Ernst hat sich davon distanziert und eigene Techniken entwickelt, die entsprechend nicht so logisch waren bzw. nicht so statisch waren. Er nutzte unter anderem das Verfahren Froutage. Und dieses ist, bzw. Froutage, dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Texturen von Materialien als Ausgangspunkt für die Deutung genutzt werden. Das heißt, er hat die Möglichkeit, dass man verschiedene Texturen nutzt, die entsprechend durch verschiedene Materialien kommen, also Materialien, die nahezu aus jedem Lebensbereich entnommen sein können. Und das ermöglicht dann natürlich, dass man ganz verschiedene Techniken entwickeln kann bzw. ganz verschiedene Verfahren entwickeln kann, die dann eine ganz verschiedene künstlerische Darstellung tatsächlich ermöglichen. Und damit ist natürlich dann auch eine Deutungsebene neu geschaffen bzw. sind dann verschiedene Deutungsebenen erst möglich. Die Collagen wurden ebenso benutzt wie Grattagé. Das heißt, hier ist es so, dass man ein mehrschichtiges Bemalen der Leinwand macht und anschließend diese Farbe dann wieder abkratzt und so dann ein Muster hat, was entstehen kann. Das heißt, Collagen natürlich von großer Relevanz, aber besonders interessant ist für Max Ernst tatsächlich, dass er Grattagé genutzt hat. Also, dass man zunächst die Leinwand bemalt und das mit verschiedenen Farben und dann tatsächlich durch Abkratzen die einzelnen Farben wieder neu betonen kann. Das heißt, je stärker man dann natürlich abkratzt, desto verschiedene Farben sieht man, da wir ja verschiedene Schichten haben. Und so entsteht erst ein Muster. Das heißt, am Anfang ist es praktisch einfarbig, dann hat man zehn Farben übereinander, aber man sieht nur noch eine Farbe und durch das anschließende Abkratzen wird dann erst ermöglicht, dass wir tatsächlich ein Muster sehen. Und das ist sehr interessant, weil der Künstler oder die Künstlerin natürlich die verschiedenen Farben schon auftragen muss und auch in einem gewissen System auftragen muss, aber dann entsprechend diese Herrschaft der Logik eben nicht gegeben ist. Also, dass er sich genau davon wieder abgekehrt hat und sich genau von dieser Vernunftkontrolle abkehrt, das ist ein sehr interessantes Modell beziehungsweise eine sehr interessante Technik, die Max Ernst hier genutzt hat. Ein weiteres wichtiges Verfahren ist dabei das Décalcumment-Verfahren. Es beschreibt dabei dünn aufgetragene Ölfarbe, welche dann durch eine Glasscheibe flach gedrückt wird und anschließend beim Anheben ein Muster entstehen lässt. Das heißt, wir sehen da so kleine Bläschen, die durch diese Glasscheibe entstehen, die praktisch losgelöst wird. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil dadurch ein Muster entsteht, welches nur durch dieses flache Drücken der Glasscheibe überhaupt entstehen kann. Und das hier auch interessant ist, dass er natürlich Ölfarben genutzt hat, das ja auch für seine Kunst, beziehungsweise seine künstlerische Zeit erst mal untypisch gewesen. Später hatte sich das dann tatsächlich stärker etabliert. Also auch hier ein weiteres wichtiges Verfahren. Und wir sehen insgesamt, Max Ernst hat sehr viele verschiedene Techniken genutzt, die alle von großer Relevanz für seine Kunst sind. Aber dennoch ist es natürlich sehr interessant zu sehen, wie er sich künstlerisch aktiv eingebracht hat in der Entwicklung neuer Verfahren und auch in der Kombination verschiedener Techniken, die hier tatsächlich möglich waren. Und damit soll es auch von diesem Video gewesen sein. Wir wollen euch das aber zunächst nochmal Wichtigste zusammenfassen, nämlich, dass er geboren 1891 ist, in der Nähe von Köln, dann natürlich aufgrund der Situation in Deutschland flüchten muss. Um 1941 flüchtet er in die USA. Später kehrt er zurück nach Frankreich, wo er bereits 1939 gelebt hatte. 1976 verstirbt er dann in Frankreich. Weltweit werden seine Erfolge anerkannt. Unter anderem deswegen ist er amerikanischer Staatsbürger oder auch französischer Staatsbürger geworden. Und er war nicht nur künstlerisch aktiv, sondern hat sich tatsächlich auch literarisch eingebracht und hat dort Gedichte geschrieben, die von großer Relevanz tatsächlich sind. 1910 bis 1914 war er in Bonn aktiv. Und dort hat er die Altphilologie studiert, Philosophie studiert, Psychologie und auch die Liebe zur Kunst entdeckt, indem er Kunstgeschichte studiert hat. Also das verschiedene Fächer, die er tatsächlich hervorgebracht hat. Verschiedene Erfolge hat er dann ab 1912 gefeiert mit seinen verschiedenen Techniken, die er eingesetzt hat. Unter anderem das Frottage-Verfahren oder auch Collagen, die eingesetzt wurden, genauso wie Grattage und das Décalcomment-Verfahren, welches durch dünn aufgetragene Ölfarben mit einer entsprechenden Glasscheibe dann flach gedrückt wird und so dann entsprechende Muster entstehen lässt. Also wir sehen ganz viele verschiedene Verfahren, die Max Ernst hier eingesetzt hat und dadurch ist er zu einer der bekanntesten Künstler seiner Zeit geworden. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um Max Ernst. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt und das könnt ihr machen, indem ihr jetzt den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Denn da ist ein Buch zu dem Thema, was wir euch jetzt gerade vorgetragen haben, einmal verlinkt. Das heißt, der erste Link in der Videobeschreibung, ein Link zu dem Buch rund um die verschiedenen Künstler, die ihr für euer Abitur brauchen werdet. Im Fach Kunst natürlich dementsprechend. Also, falls ihr Interesse an den Künstlerinnen und Künstlern habt, die ihr vielleicht auch für die nächste Klausur braucht, erster Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.